Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrant und in diesem Video möchte ich dir meine Top 5 innovativen Pennystock Aktien vorstellen. Also 5 Aktien von Pennystocks, die sehr, sehr innovativ sind und von denen ich ausgehe, dass sie in Zukunft noch sehr, sehr viel Potenzial haben werden. Das Ganze natürlich wieder wie immer keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung und wie immer natürlich auch interessiert mich auch deine Meinung. Schreib jetzt mal gerne in die Kommentare, was dein persönliches Top Pennystock Investment ist, wo du sagst, okay, da ist am meisten Innovation dahinter. So, jetzt fangen wir mal gleich direkt an mit den 5 Kandidaten, reden wir gar nicht mehr lange drum rum und zwar der erste Kandidat wäre Mindmade. Mindmade, du siehst es am Symbol, also am Firmenlogo, kannst es aber auch schon vom Namen her erahnen, es geht um Medizin. In dem Fall keine, ja, ich sag mal handelsübliche Medizin, sondern eher um, ja, psychodelische Medizin. Den kostet 2,65 Euro aktuell die Aktie und es geht hier teilweise zum Beispiel um, ja, Pilze, die eben für die Medizin eingesetzt werden. Also da ein ganz, ganz großer Fokus drauf, die dann eben zum Beispiel für psychische Erkrankungen eingesetzt werden. Da forscht zum Beispiel auch die Charité noch mit dran. Das Ganze hier sehr, sehr innovativ und kann sich natürlich, ich meine, viele reden ja immer über die Legalisierung von Cannabis-Aktien, also quasi von, dass da eben der große Boom ausbricht. Ich denke aber, dass tatsächlich auch hier ein großer Boom ausbrechen könnte und gerade auch zum Beispiel in den USA das Ganze ja auf dem vorschreitenden, ja, Marsch ist. So, jetzt schauen wir uns mal die Aktie an in den letzten zehn Jahren, beziehungsweise es geht hier im Januar 2017 los. Da sehen wir, dass die Aktie erstmal ganz stark gefallen ist, aber jetzt hier am Ende 2020, nachdem wirklich eine sehr, sehr lange Bodenbildung war und sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung war, ging es dann tatsächlich mal wieder so richtig los. Das hängt mit Sicherheit auch daran, dass eben ein Joe Biden Präsident geworden ist und da dementsprechend quasi auch schon erste Äußerungen gemacht worden sind, was eben auch in die Richtung von Legalisierung von solchen verbotenen Substanzen geht, wie zum Beispiel solche Pilze oder eben auch Cannabis. Und da haben wir hier eben bei dieser Aktie dann den Vorteil, dass die eben ganz stark im medizinischen Bereich unterwegs sind, was diese Pilze angeht. Wir schauen uns auch gleich natürlich nochmal die Webseite an, damit ich dir zeigen kann, okay, was steckt da für ein Unternehmen dahinter, was für Produkte stecken dahinter und ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannenden Bereich, weil wirklich ganz, ganz wenige das nur auf dem Schirm haben und du siehst, dass hier für mentale Gesundheit wird hier sehr, sehr stark geforscht. Also jetzt nicht für den eher lustigen Konsum davon, sondern hier tatsächlich für medizinische Zwecke und von daher kann man hier sagen, dass das Ganze für Therapiezwecke durchaus Potenzial hat und vielleicht aktuell so richtig wieder in Schwung kommt und dann quasi eben auch mit Joe Biden in Zukunft tatsächlich besser performen kann als in der Vergangenheit. Dann kommen wir zum zweiten Unternehmen und zwar Iris Tech oder Iris Tech, je nachdem wie du das aussprechen möchtest, ist American Iris. Das ist ein Produkt, was dahinter steckt. Das ist nämlich in dem Fall ja ein Gadget, was du für deine Mobilgeräte hernehmen kannst. Die Aktie kostet nur 19 Cent, wobei da auch immer bitte darauf achten, nur weil die jetzt eben vom Preis her sehr, sehr günstig wirkt, heißt das nicht, dass das Unternehmen immer, ja, deswegen automatisch günstig bewertet ist. Also da bitte auch nochmal immer einen Blick drauf werfen. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die Aktie performt hat. Da siehst du hier auch wieder einen starken Anstieg nach dem, ja, nach dem Börsengang und dann aber tatsächlich eher schwach performt. Und es geht darum, dass das hier eben Gadgets sind für dein Handy, die eingesetzt werden können, um Strahlung quasi für den Körper abzufangen. Hört sich erstmal sehr, sehr esoterisch an, aber hat tatsächlich auch hier so auch wissenschaftliche Belege, also das Ganze ist auch geprüft worden. Ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr stark auch nachgefragt wird, ist natürlich ein gesundheitliches Thema. Viele Leute haben Angst vor den Strahlungen vom Handy oder von generell Mobilgeräten wie iPads oder iPhones, natürlich nicht nur von Apple, sondern von allen möglichen Geräten. Und von daher das Thema Strahlung mit Sicherheit ein großes Thema. Wir sehen auch hier wieder einen leichten Anstieg, nachdem hier wirklich die letzten Jahre eher das Ganze seitwärts oder abwärts gegangen ist. Und sehen auch hier tatsächlich, wie ich finde, vielleicht den Anfang davon, dass hier sich eine größere Trendentwicklung dahin bewegen könnte. Ich zeige dir auch nochmal ganz kurz das Produkt. Da siehst du hier diesen kleinen Button, der auf das Handy quasi draufgeklebt wird und dann damit Strahlung eben abfangen soll. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, hört sich sehr, sehr esoterisch an. Ich bin auch hier noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich mit diesen wissenschaftlichen Untermauerungen auch so alles Hand und Fuß hat. Es ist aber tatsächlich ein Lifestyle-Produkt, was auch immer mehr nachgefragt wird. Und du hast auch gerade die Produkte gesehen, relativ teuer. Und von daher sehe ich hier tatsächlich Innovationspotenzial, ist natürlich aber trotzdem eine sehr, sehr spekulative Aktie. Dann das dritte Unternehmen, was ich dir vorstellen möchte, ist Nexe. Nexe hat mich übrigens angeschrieben und hat nachgefragt, ob ich sie mal in einem Video hier zeigen könnte. Danach habe ich mir das mal angeschaut und möchte euch jetzt hier auch mal meine kritische Meinung dazu zeigen. Aber auch durchaus Positives kostet 2,07 Euro und die sind aktiv im Bereich von nachhaltigen Kaffeekapseln. Das heißt, das Thema Kaffeekapseln ist natürlich ein Thema, was extrem boomt. Wir haben im Jahr ungefähr 8,5 Prozent Wachstum in der Branche, haben 50 Millionen Plastikpads, die im Jahr weggeschmissen werden und in der Regel alle aus Plastik immer bestehen. Und hier hat eben Nexe eine Kapsel quasi entwickelt, die komplett kompostierbar ist, innerhalb von wenigen Tagen abgebaut ist. Und vom Aktienverlauf siehst du auch, dass die relativ frisch ist auf dem Markt. Also hier erst quasi zum Jahreswechsel so richtig an die Börse gegangen. Wir sehen hier erstmal einen starken Verlauf. Dann ist er so ein bisschen in die Seitwärtsbewegung gekommen, ein bisschen konsolidiert wieder. Aber ich sehe hier tatsächlich eine gute Kursbewegung, also jetzt rein vom Kurs her. Und jetzt schauen wir uns aber auch nochmal das Produkt direkt an, worum es da geht. Und was hier auch der aktuelle Stand ist, wie gesagt, es ist ein Markt, der sehr, sehr groß ist. Es ist ein Markt, der ja auch sehr, sehr gehypt ist. Wie gesagt, 8,5 Prozent Wachstum im Jahr. Das heißt, hier wird das immer beliebter im Vergleich zum normalen quasi Kaffee, der rein in Pulverform oder in Bohnenform eben serviert wird. Und du siehst jetzt hier mal auf der Webseite das Produkt. Also grundsätzlich, es hat dieselbe Form, wie man es eigentlich so kennt von den klassischen. Ich nenne es mal zum Beispiel Nespresso, die ja Marktführer sind. Und haben wir hier wirklich eine Anwendungsmöglichkeit für fast alle Kaffeemaschinen. Das heißt auch hier quasi, es geht ja der Trend auch mal mehr zur Nachhaltigkeit und dazu, dass das Ganze eben mit einem schlechten Gewissen ist. Also natürlich sagt zum Beispiel auch Nespresso, dass das Ganze bei denen immer wieder recycelt wird, wobei da auch tatsächlich die Recyclingquote nicht so hoch ist. Und hier, wenn man wirklich einen Pott hat, der wirklich komplett kompostierbar ist, du siehst es hier, innerhalb von 35 Tagen ist das Ding abgebaut und passt, wie gesagt, in fast alle Kaffeemaschinen rein. Dann hast du hier wirklich einen Vorteil gegenüber Nespresso und so weiter. Vorteil sehe ich natürlich hier in der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Nachteil, eventuell, dass eben große Anbieter wie Nespresso oder sowas tatsächlich hier was Eigenes entwickeln und gar nicht hier auf Nexa aufspringen. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Nexa zum Beispiel aufgekauft wird und hier tatsächlich zum Beispiel eine Übernahme kommt. Also das wäre natürlich ein großer Push für die Aktie. Also ich sehe hier wirklich großes Potenzial auch. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen da auch die spekulative Seite sehe, weil natürlich das Produkt auch noch nicht komplett auf dem Markt ist und hier natürlich auch noch vieles offen ist. Trotzdem gute Aktie, wie ich finde, und sehr innovativ. Dann kommen wir zur nächsten Aktie, nämlich Sun Hydrogen. Geht um Wasserstoff. Auch hier ein Kursverlauf, der ganz gut anzuschauen ist und sehr zu begrüßen ist. Kostet aktuell 14 Cent, also auch eine Aktie, die relativ günstig ist vom Preis, jetzt rein nominell. Wie gesagt, Bewertung ist dann immer noch was anderes. Da siehst du auch, dass die Aktie sehr, sehr lange seitwärts gegangen ist. Hier am 22. Juni 2020 an die Börse gegangen ist und dann hier bis tatsächlich so 22., 23. November gebraucht hat, um hier mal so richtig eigentlich in Schwung zu kommen. Aber dann ist sie gleich richtig in Schwung gekommen. Ist hier tatsächlich dann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen ziemlich hoch in die Höhe geschossen. Hat dann aber wieder, also ich meine, das ist ja gesund, diese Bewegung, wie du es hier siehst. Mit diesen kleinen Bergen hat quasi immer wieder so kleine Konsolidierungen mitgenommen oder auch mal stärkere Konsolidierungen. Gerade hier zum Beispiel, da ist sie auf 25 Cent hochgegangen und ist dann wieder runtergegangen. Und das doch ziemlich deutlich. Und von daher, du siehst hier auch, dass das Ganze sehr, sehr schwankungsstark ist. Du siehst auch diese gelbe Linie zum Beispiel, das ist die 50-Tage-Linie. Daran kannst du dich auch mal gut orientieren. Da sollte eigentlich ein Kurs so optimalerweise als erster Indikator mal langlaufen. Aber auch hier der Kursverlauf generell, der Trendkanal geht nach oben. Also auch hier Thema Wasserstoff natürlich genauso wie bei Nexer ein Nachhaltigkeitsthema. Erneuerbare Energien, Umweltschutz wird immer, immer stärker. Und von daher sehe ich auch hier durchaus Potenzial. Ich meine, man schaut sich zum Beispiel nur bei so Aktien an, wie zum Beispiel Plug Power, die hier mit Wasserstoff zu tun haben. Oder Nell Asa oder Ballad Power. Die sind alle abgegangen ohne Ende. Also wirklich gigantische Zuwachsraten. Und da hat, denke ich, meiner Meinung nach auch hier noch eben die Aktie durchaus Potenzial. Und ist vielleicht auch noch gar nicht so extrem krass heiß gelaufen wie die anderen. Weil die eben noch relativ unbekannt ist und auch gar nicht so in den großen Hype reinkommt. Aber da auch bitte wieder aufpassen. Sehr spekulativ, weil Wasserstoff tatsächlich auch ein großer Hype ist. Bin aber trotzdem langfristig sehr, sehr optimistisch für den Bereich. Die fünfte Aktie ist Whistling Technologies. Und das ist eine Aktie, ja, die wird quasi aktuell sehr, sehr, ich sag's mal so, stark nachgefragt. Oder hat vielleicht so einen großen Aufschwung wieder. Weil wenn du jetzt hier mal den Kursverlauf anschaust für die letzten zehn Jahre, kostet übrigens 2,22 Euro. Dann siehst du hier einen relativ schwachen Kursverlauf. Also ich meine, klar, hier gibt es die eine oder andere Spitze, wo man sich so denkt, okay, wow, die hätte ich auch gerne mitgenommen. Wobei auch hier wieder die zehn Jahre relativ gesehen, denn das Ganze beginnt hier auch erst im Frühjahr 2019. Und da siehst du halt tatsächlich richtig, richtig starke Schwankungen. Und die dann halt wirklich auch gleich mal richtig stark nach oben ausstrahlen, wie zum Beispiel hier. Worum geht es bei dieser Aktie? Es ist ein Unternehmen, was im Bereich zum Beispiel von Drohnen, von Filmtechnik unterwegs ist. Und jetzt denkst du dir, okay, ich möchte jetzt hier keine Filmtechnik. Was ist denn daran so innovativ und was soll denn daran so besonders sein? Ich möchte hier keine Serien unterstützen oder Filmproduktionen. Nein, es geht hier tatsächlich sowohl um Events, die hier mit der Technologie gefilmt werden, aber auch um eine große staatliche Nachfrage. Also die sind ganz, ganz stark auch im Militärbereich mit Drohnen unterwegs zum Beispiel, mit generell allem, was eben Bildaufnahmen liefert und sind hier sowohl, wie gesagt, im privaten Sektor unterwegs, wenn man sich zum Beispiel Sportveranstaltungen anschaut, aber eben auch, wie gesagt, in Bereichen mit Drohnen und so weiter. Und auch gerade hier für die öffentliche Sicherheit und so weiter wird in den USA ja jetzt immer wichtiger, weil es ja große Ausschreitungen gibt. Und da sehe ich den großen Innovationsfaktor, weil hier tatsächlich, und du siehst das ja auch im Kursverlauf, mit diesen großen Ausschreitungen, die in den USA auch stattfinden, hier tatsächlich die Aktie auch immer wieder mal zulegen konnte. Denn Whistling Technologies liefert, wie gesagt, sehr, sehr viel Produkte und Dienstleistungen dafür an zum Beispiel die USA, an die Staaten, also an Regierungen. Und du siehst das auch hier auf der Webseite, also wirklich sowohl Unternehmen als auch staatliche Nachfrage hier. Und von daher sehe ich hier tatsächlich, so blöd das auch ist für die USA und so leid mir das auch tut und so wenig wie ich das auch unterstütze, dass da in den USA so große Aufstände gibt und Probleme, gibt es hier doch tatsächlich eine große Nachfrage, ein großes Potenzial hier für Whistling meiner Meinung nach und wird hier in den nächsten Jahren, ich würde es in den USA wünschen, dass es nicht so wäre, aber tatsächlich meiner Meinung nach immer mehr nachgefragt werden. Ja, das im Prinzip jetzt mal meine fünf Aktien, meine fünf Penny Stocks mit Innovationspotenzial. Schreibe jetzt auch gerne mal in die Kommentare, wie du diese fünf Aktien findest, aber auch gerne, wie gesagt, deine Vorschläge und die schaue ich mir natürlich auch gerne an. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von diesen fünf Aktien und wenn du überzeugt bist von diesem Kanal, wir sind mittlerweile knapp 37.000 Abonnenten, dann lass gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Ansonsten, wenn du es eh schon getan hast, top. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geld verdienen, Finanzen und Aktien und würde mich über jeden neuen Abonnenten auch freuen. Gerne auch über deinen Support, also gerne das Video auch liken mit einem Daumen nach oben und auch, wie gesagt, dein Feedback und Kommentar in den Kommentaren da lassen. So, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel, viel Spaß beim Investieren, vor allem auch viel Erfolg. Sei nicht zu spekulativ unterwegs, achte auch darauf, dass du solide Aktien in dein Depot nimmst, aber die eine oder andere spekulative Aktie kann sicherlich nicht schaden und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg, viel Zukunft. Mach's gut, dein Flo Farrell.